Das ist Christian. Christian ist gerade dabei, sich seine neue Wohnung einzurichten. Aber leider hat er zwei linke Hände. Und vor allem, wenn es um Technik geht. Zuerst will er eine Telefonanlage installieren. Zwei Stromschläge und ein Arztbesuch später ruft er doch lieber die Experten von Informationstechnik Geiger mit seinem Handy an. Der Profi kommt schon bald darauf vorbei und innerhalb weniger Minuten hat Christian die passende Anlage installiert. Kurz darauf will es Christian nochmal versuchen und wagt sich an die Installation seines eigenen PCs samt Netzwerktechnik. Ein kleiner Brand und einen kurzen Besuch der Feuerwehr später ruft Christian doch lieber wieder bei Informationstechnik Geiger an. Der IT-Experte schaut nochmal vorbei und installiert PC und Netzwerk in Windeseile. Christian will aber auch noch eine Videoüberwachungsanlage einbauen. Und dieses Mal ruft er lieber gleich bei Informationstechnik Geiger an und spart sich damit Arzt- und Feuerwehrbesuche. Nach wenigen Tagen steht auch die Videoanlage und Christian könnte nicht glücklicher sein. Haben auch Sie zwei linke Hände? Melden Sie sich einfach bei Informationstechnik Geiger. Telefon 0 4403 693 92 44 oder per Mail an info-at-informationstechnik-geiger.de Musik 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 Musik